Okay, jetzt darfst du deine Vorrichtung zeigen. Yo, sag kurz aus, als wirst du schweben. Wir haben jetzt eine coole Vorrichtung vorrichtet. Und jetzt nehmen wir uns hier einen Eimer Wasser. Noch einen Eimer Wasser. Ach so, und dann läuft es da so runter und dann ist auf einmal der ganze Boden Obsidian. Richtig, richtig. Krass. Sondern hier, warte, wo habe ich Platz? So. Dann gehen wir hier hin. Und ab. Jetzt mach es doch wieder weg. Bamm. Mach wieder weg. Bamm. Und bamm. Darunter könnte es Lava sein, also aufpassen. Darunter wird Lava sein. Mach gucken. Das dauert so ewig, Digga. Ja, darunter ist Lava. Perfekt, direkt verbrannt. Ich weiß. Ich weiß. Hast du mal ein paar Blöcke für mich? Nee. Kannst du dir selber Reiche holen. Ich will nur gucken, wie tief das ist. Okay, danach ist es direkt vorbei. Ich probiere es jetzt mal so hier. Ach, scheiß drauf. Oh mein Gott, ich bin fast reingesprungen. Junge, Junge, Junge. Hab ich einen, warte. Ja, ich hab einen. Du musst immer so ganz an die Kante und dann einfach sneaken und nach vorne drücken und dann abbauen. Und dann sammelst du ihn auf. Nice. Ja, das klappt super. Oh Gott. Einfach sneaken, da kann dir nichts passieren. Ja, ja, aber ich hab trotzdem Angst einfach auf Lava zuzubrochen. Was ist das, was ich mein? Ja. Ja, ich bin dran. Wie viele brauchen wir? Äh, ich würd mal so... Warte, also wir brauchen auf jeden Fall einen Nether-Portal. Und einen Zaubertisch. Einen Zaubertisch. Also, weißt du, bevor wir irgendwann das wieder machen müssen, ich mein, mit unendlichem Lava können wir es auch zu Hause machen, aber... Ich würd mal so insgesamt einen halben Stack. Das geht ja nicht... Das dauert ja nicht so nach zu zweit. Jo. Außerdem sind wir bekannt für schlechten Content. Wir sind nicht bekannt. Wir haben einfach nur schlechten Content. Bei den Leuten, bei der ein oder zwei Personen, die unsere Videos anschaut, sind wir bekannt für schlechten Content. Es schaut halt keiner unsere Videos. Also, literally. So, meistens so ein oder zwei Personen. Ja, aber viele unserer Videos haben einfach null Aufrufe. Ich weiß. Ja. Aber unsere Shorts kommen... Ich mein, auch wenn es nur 10, 20 Aufrufe ist, ist es nicht so schlecht. Und viele... Und jede Shorts-Relle kommt mindestens zwei Videos immer gut an und haben so über 1.000, 2.000 Aufrufe. Richtig. Und Junge, das eine TikTok, das ist so insane hochgegangen. Das ist einfach... Ja, ich was? Das ist einfach unser bestes Video jemals. Das ist unser bestes... Warte, ich muss mal gucken, wie viel ist es jetzt. Ich sag, ich sag über 10k. Boah, das wäre schon krass. Warte. Über 10k wäre heftig. Es hat 8.840. Schade. Okay. Egal. Das ist trotzdem... 8.800 ist unser bestes Video jemals. Bis jetzt. Ne? Ja, das war nicht schlecht. Ich hab 3. Bin Obsidian. Ich hab 12. Nice. Sehr gut. Wenn wir beide 16 haben, dann passt. Ja. Ich glaub, das ist jetzt mein letzter. Ja, 15 und dann hab ich 16 und dann passt. Und dann ist genau ein halber Stay. Haben wir hier noch schöne? Sehr gut. Hast du? Ja, ich hab 16. Warte, ich guck nur kurz. Ich komm gleich wieder. Ob ihr irgendwas... Ja, ja, machen wir. Ne. Aber wir können vielleicht wirklich ein bisschen Larpis mitnehmen. Ich hab schon sehr, sehr viel Larpis hier und nach Hause gebracht. Ich hab über 2 Stacks. Also es muss reichen. Dann auch 3 weiter, oder? Scheiß, ich brenne. Kurz was essen, kurz löschen. Guck mal, das ist Gold. Gold können wir gegen Enderpulse traden. Also einmal was ablöschen. Hier. Oder falls man einen epischen Klatsch machen muss. Was? Falls man einen epischen Klatsch machen muss. Kann auch passieren. Ja. Da ist Eisen. Oh, da ist... Da ist Dia. Ich hasse diese Dinger, gell? Glows. Glow-Dinger, jaja. Die triggern sich auch immer richtig scheiße. Oh, ich töte den. Ich töte den gerade, wollte ich nur sagen. Ja, die Höhle. Ja, die Höhle, die Höhle geht mies weit. Alter. Das ist ja nicht alles zusammen. So riesig. Hier geht's runter. Sind hier Dias? Nee, Mann. Wo bist du? Hier bin ich. Die Höhle ist noch so riesig, Junge. Hier muss doch was sein. Lass den Killen. Was? Ich schau ihn an. Achso, den Enderman. Ah, ja. Ich hab vergessen, dass ich low on health. Ich probiere dir gerade zu helfen, aber der rennt ziemlich schnell. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, ich bin kurz raus gegangen. Oh nein, jetzt attackiert er mich. Du bist gestorben, ne? Nee, nee, ich bin nicht gestorben. Doch, doch. Aber ich... Ich hab ein bisschen was von deinem Stuff aufgesammelt. Du bist gestorben. Was? Digga, ich bin rausgegangen. Ich hab nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Ja, ich sterb aber gleich auch, Digga. Oh, ich hab Dias gefunden. Aber das... Vielleicht kann ich nicht mehr springen, Digga. Versuch zu überleben. Und wenn du es schaffst, dann nimm mal ein wichtigstes Stuff und dann komm nach Hause. Ja, ja. Jetzt... Beruhigen Sie sich mal. Digga, hey, ich bin früh rausgekämmt. Also rausgekommen. Oh Gott. Oh, Jesus. Guck mich nicht so an. Geh weg. Verpiesel dich. Ja. Ja. Er ist tot. Okay, sehr gut. Der Arschloch hat nicht ausgedroppt. Jetzt kann ich zurückgehen. Jetzt ist er nicht mehr. Ja, ist schon klar. Ich hab Dias Eisenkohle. Ja, und deine Rüstung halt, ne? Ja. Och, Junge, jetzt attackiert mich wieder die halbe Höhle. Bruder. Alter. Ich kann mich mal befrieden lassen. Danke. Ich mach währenddessen was gutes und erntes Feld, okay? So, mal alles aufsammeln, Junge. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Geil. Digga, kann sie in Frieden lassen, du Scheiß. Wichser. Wichser. Danke. Meine Güte. Okay. Was hab ich bis jetzt aufgesammelt? Okay, die Pfeile brauch ich nicht. Tofstein brauch ich auch echt nicht. Ähm, was kann ich noch rauskicken? Melonen in so ne Schaufel, ne Hau. Okay, ich hab die Namen nicht hier mal. Das ist auch unnötig. Das ist auch unnötig. Die Axt ist auch unnötig. Ich, ähm, ja. Hast du dein Hobby? Wow. Ich muss noch mal einen zweiten Run machen. Ja. Ich renne immer durch und dann sammle ich auf, was geht. Und dann baue ich mich irgendwo ein und gutes. Das machst du sehr gut. Ich erntiere das Feld und hab schon wieder viel zu viele Seams. Ja, kein Problem. Okay. So. Ähm, das brauch ich nicht. Okay. Ich hab deine Spitzhacke jetzt gefunden. Ich hab deine Brustplatte. Ich hab alle Dias auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Jetzt. Ja. Wie geht ich doch? Ähm. Obsidian hab ich auch alles. Okay, die Leuchtbären brauchen wir ehrlich nicht länger. Und die Kacksteinschaufel braucht keiner. Äh. Äh, so, die Holzspitzhacke kann ich auch noch im Arsch lecken. Die zehn Köhleblöcke hab ich. So, dann mach ich mal. Wenn man das Feld unordentlich erntet, dann tun wir irgendwann, wenn's dann komplett fertig geerntet ist, neu anbauen. Was? Ich lauf jetzt einfach quer durchs Feld und baue ein bisschen was ab. Und das machen wir immer wieder, bis das ganze Feld weg ist. Ja, okay. Okay, ich, ich, ich hab jetzt, glaub ich, alles. Ich hab alles Wichtige. Müsst du. Na, warte, was hab ich eigentlich? Ich hab auf jeden Fall deine Dia-Sachen und die Dias und Kohle und alles Zeugs. Sollte passen. Pass auf, ich mach jetzt die Ultra-Strat, okay? Ja. Nehmen wir jetzt so Weizen, ja? Mhm. Dann drag ich das einmal komplett durch mein Inventar. Nice. So, dass ich nur noch Weizen auflegen kann und nicht mehr doofe Seats. Aber die Seats sind sehr, sehr wichtig, ne? Ist dir das bewusst? Ja, wir, ich, ich hab, ich hab ein paar Seats aufgenommen und in eine Kiste gepackt. Wo muss ich hin? Ich muss nach oben. Oh Gott, oh Gott. Ist es weit. Aber ich kann den Himmel sehen. Das ist sehr, sehr gut. Ne, ist immer gut. Man kann halt literally, die Höhle, wo wir runtergesprungen sind, ist einfach, man kann, das ist eine riesige Spalte. Und es geht so lang nach oben, ich hab keine Luft mehr. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte Türen dabei. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh mein Gott. Oh. Oh. Junge, ich bin grad von ganz oben. Ich dachte, ich würd sneaken, weil ich wollt was bauen. Ich bin nicht gesneakt, ich bin einfach runtergeheatet. Ha, was seh ich da. Also auch wirklich, ich bin, Alter. Ich wär so gut geweckt. Ich laufe so durchs Feld, ernte so schön und dann auf einmal wird so hell das Feld und ich denk mir so, hä, irgendeine Leitbank und dann ist da einfach dieser wunderschöne Sandcock. Yes. Ich hab grad den Schock meines Lebens. Oh, das wird ein guter Clip, Junge. Das ist der Save des Jahrhunderts, das glaubst du gar nicht. Junge, wir haben schon zwei Clips, also zwei feste Clips. Einmal das mit dem Tropfstein, war auch Nahtoderfahrung und einmal das. Ja, aber ich hab wirklich, ich hab sehr clean gesaved. Weißt du, wo ich grad bin? Das ist ja ein Same. In der Nähe? Nee, nee. Ich hab einen alten Platz von uns gefunden, wo du mir aus irgendeinem Mindshaft so ein Karre mitgebracht hast und so. Ganz, ganz am Anfang war das. Boah. Das ist geil. Warte. Nee, das ist so krass, wir haben schon 128 Videos, ne? Ja, ich weiß, das liegt einfach nur an den Shorts. Ja. Naja, okay, wir haben auch echt viele normale Videos. Apropos Aufnahmen. Ja, Aufnahmen sind 13 Minuten, aber ja, ich kann neue Folge machen. Tschüss.